Hi! So, heute gibt es endlich mal wieder ein neues Video von mir. Das war wieder ein bisschen länger her gewesen. Wie ihr seht, habe ich hier schon etwas am Arm und zwar geht es heute in dem Video um EMS Trainer und zwar genauer gesagt um die von Bodify. Ich finde die schicken Dinge sehr praktisch, weil sie einfach zu Hause zu gebrauchen sind. Man muss nicht extra ins Fitnessstudio springen, um zu Hause gechillt auch weiter zu trainieren. Davon gibt es drei Varianten jetzt schon. Einmal ein Bauchtrainer, Armtrainer und natürlich nicht zu vergessen ein Po-Trainer. Zeige ich euch alle jetzt noch nacheinander, aber dann fangen wir einfach mal mit dem Armtrainer an. Also der ist wirklich ganz ganz easy anzubringen. Die haben hier so eine Klebeseite und halten es sehr sehr gut, kann man auch reinigen. Und ja, dann gibt es hier verschiedene Tasten. Einmal die Starttaste und dann beginnt eigentlich gleich ein Programm. Die Modus kann man hier unten wechseln, wenn man verschiedene haben möchte. Und die Intensität. Also es ist wirklich mega intensiv. Ich glaube, ich bin noch nicht über die Stufe 15 Stufen gibt es insgesamt. Ich glaube, über fünf bin ich noch nicht hinausgekommen, weil es dann so intensiv ist. Und so krass die Muskeln beansprucht, dass es echt einfach sehr sehr krass trainiert. Ich mache jetzt einfach mal Stufe zwei müsste das jetzt sein oder drei. Wie ihr seht, es ist echt einartig, wie das stimuliert, die ganze Muskulatur und wie sich das anfängt zu bewegen. Und dadurch wird halt der Muskel halt auch angeregt zum Wachsen. Klar, es ersetzt jetzt kein ganz normales Training. Das jetzt nicht. Aber es ist einfach als Ergänzung und man kann es auch zur Entspannung nehmen. Also es gibt auch einen Entspannungsmodus. Ja, so eine Trainingseinheit dauert zu 25 Minuten und danach gibt es dann noch ein bisschen Entspannung sozusagen. Genau. Und hier unten ist ein Minus, wenn man es ein bisschen sanfter angehen lassen möchte. Ja. Bei dem Arm-Trainer gibt es auch noch eine zweite, einen zweiten Trainer dazu. Den kann man sich dann auf die andere Seite draufpappen, vorausgesetzt man hat nochmal so einen Start-Button von dem anderen. So, jetzt haben wir genügend nur über den Arm-Trainer gequatscht. Jetzt zeige ich euch mal die anderen. Kommt mit! Jetzt habe ich hier meine ganzen anderen Schmuck-Teile. Einmal, das ist der Bauch-Trainer. Also der wird dann ganz easy hier drauf geklebt. Und dann haben wir noch einmal den Popo-Trainer. Den mache ich jetzt auch gleich mal noch hin. Sonst erst mal den hier an. Also man kann bei der Position eigentlich nicht viel falsch machen, ob man es jetzt ein bisschen weiter runter setzt, ein bisschen höher. Man kann es ja auch variieren, wo man möchte. Also welche Partie man mehr trainieren möchte, stimulieren möchte. Also da ist man überhaupt nicht gebunden, sondern total frei. Okay, dann legen wir hier mal los. Das ist jetzt noch ein bisschen easy. Dann gehen wir mal eine Stufe weiter. Okay. Dann spürt man es echt schon richtig. Noch mal eine. Das ist richtig wie so Impulse. Ich weiß gar nicht genau, wie man es beschreiben soll. Einfach mega intensiv, tief rein und da spürt man erst mal, wie viele Muskeln man noch drunter hat, die man gar nicht weiß, dass die überhaupt da sind. Jetzt lassen wir den hier mal seine Arbeit machen. Und dann gucken wir uns jetzt mal den dritten im Bunde an. Jetzt haben wir hier den schicken Po-Trainer mit hinten den Gelflächen zum Kleben. Also wie man den am besten anbringt, wenn man alleine ist. Am besten oben die Mitte erst mal positionieren. Es muss auf der Haut aufliegen. Es muss auf der Haut aufliegen. Erstmal die hier ankleben und dann rechts und links die Dinge. Wie man weiß, oben ist der Start. Und dann beginnt es auch schon. Noch etwas sehr harmlos. Aber das können wir ändern. Ja, hier ist Schluss. Also wie man sieht, das ist echt sehr intensiv. Ich habe jetzt gerade mal auf Stufe 2. Aber das ist schon Arm-Trainer, Bauch-Trainer und den Po-Trainer. Ja, also insgesamt kann ich sagen, es ist schon soweit entspannend und angenehm. Man kann ja die Intensität total selbst steuern. Also von dem her ist man das ein eigener Herr. Und als einfach Ergänzung zum normalen Training. Klar, man kann das jetzt nicht durch Sport ersetzen oder sowas. Also das geht nicht. Aber einfach als Ergänzung das herzunehmen, wenn man zu Hause Wäsche bügelt oder gemütlich auf der Couch liegt und Fernsehen guckt. Dann klatscht euch den Po-Trainer hin und lasst eure Muskeln stimulieren. Und das halt einfach dann auf Wachsende. Weil das ist ja der Sinn von EMS-Training. Dass einfach stimuliert wird die Muskulatur und die dann angeregt wird zum Wachsen. Genau. Und das Coole ist auch noch bei Bodyfy, also wenn ihr nach, glaube ich, 43 Tagen war es, keinen Effekt seht, dann bekommt ihr euer komplettes Geld zurück. Das ist mein Versprechen, oder? Das ist mein Versprechen, oder? Das ist mein Versprechen, oder? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.